Servus Gaby, Servus Len, was ist denn da gerade jetzt passiert? Wir haben ja gerade ein Pressegespräch gehabt unter der Überschrift Leerstand nützen, Boden schützen. Also wir haben gedacht, wir stellen mal unsere ganzen Anträge, die sich jetzt seit letztem Jahr auch angesammelt haben, zum Thema vor. Aus der geplanten Viertelstunde sind dann aber doch anderthalb Stunden geworden, weil es echt so ein kompliziertes Thema ist. Ja und um welche Anträge handelt es sich dabei? Ja, es geht um Anträge, wo es darum geht den Bodenverbrauch zu stoppen, Sanierung statt Neubau zu forcieren und mehr leistbaren Wohnungen vor allem zu schaffen. Das sind die wichtigsten Ziele, die wir haben und da könnte die Stadt viel mehr tun, nach unserer Ansicht. Auf der Homepage von uns findet ihr übrigens alle Anträge als PDF, da könnt ihr euch ganz ausführlich noch mal mit dem Inhalt auseinandersetzen, wenn es euch interessiert. Danke! Danke! Danke!